Leute, wir hatten Zelda Breath of the Wild gespielt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir stehen geblieben sind, weil ich war zweieinhalb Wochen unterwegs auf einer deutschen Tour, die auf meinem Hauptkanal übrigens online kommt. Also schaut da unbedingt vorbei. Wir waren in tausenden von Städten gefühlt. Wir waren in Bamberg, in Würzburg, in Trier. Wir haben auch einen kleinen Abstecher nach Luxemburg gemacht für zwei Tage. Dann waren wir in Dänemark, auch einen mehrtagigen Abstecher gemacht. Dann waren wir noch in ganz vielen weiteren tollen Städten, unter anderem Hamburg, waren wir beim Hafenburg-Sektor. Das sind wirklich sehr interessante Orte. Also dann schaut ihr euch auf jeden Fall mal an und da vorne rein. Hier war irgendwas Wichtiges. Ach du meine Güte, gleich werden wir vom Blitz getroffen. Okay, ich war mir gerade nicht sicher, ob Ablegen gleich wegwerfen heißt. Weil ich will die eigentlich behalten, die Sachen. Absteigen, let's go! Wie geht er jetzt diesen roten Punkt? Wie sieht er scheinbar aus in der Nähe aus? Wie kann ich mir das so nicht? What? Wie ist der Ruchschock, oder? Ja, perfekt. Wir haben's geschafft. Aber gerade so, ey. Boah, dieser Sound. Ewig, wenn man sich heute fühlt. Richtig schön. Was ist das denn? Wir können uns nicht wehren. Wir können uns nicht wehren. Die sind ja direkt schon hinter mir. Boah, wie schnell sind die? Oh mein Gott. Ja, das war's. Das war's, was wir machen wollten. Ich hab noch gedacht, so wollten wir irgendwas hier. Gut, wieder geht. Wie ist denn? Verdammt. Oh, nee. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich hab gedacht, mit dem Wasser kann ich mich ja auskurieren. Och, das war jetzt nicht clever. Das war nicht clever. Was ist das denn? Was ist das hier? Ist das irgendwie ein Bruchrätsel? Das ist der Stein wahrscheinlich da in die Mitte, oder? Wahrscheinlich ist das ein bisschen... Die Billow-Waffe ist da. Okay, dann nehme ich das mal mit. Oh, guck mal, da vorne leuchtet es. Weil da vorne hatte ich das ja von dem Drachen. Als ob. Kommt nicht weiter. Hier, oder? Hä? Echt jetzt? Hier, oder? Nee. Ich hätte gerade das Wasser haben, was ich heute schon im Video gesehen habe. Hä? Was kommt denn hier denn? Ich hoch? Cool. Ach, Gott. Weird. Ich will weiter gar nicht hoch. Aber ich habe nicht. Oh, hier. Oh, guck mal, da ist so eine Kiste. Und rein damit. Hä? Okay. Okay, das habe ich jetzt irgendwie schon erwartet. Ich habe jetzt gewartet, bis irgendwas kommt. Oh. Fehlt hier noch irgendwas? Ich habe jetzt gerade irgendeine Flasche. Boomer. Oh, da ist ein Boomer. Ich habe gepfischt. Maxi-Barsch. Heimel-Barsch. So mag ich doch fischen. Guck mal, da ist hier auch so eine Kiste. Ähm... Die Kiste bekommen wir auch ganz so leicht, indem wir etwas aufmachen. Ah, wie viele sind das? Das ist zwei? Cool. Auf. Saphir. Nice. Oh, auch gut. Oh, mal klar. Wir haben keinen Platz. Haben wir irgendwas, was wir wegwerfen können? Das hier haben wir zwei mal. Oh, das ist schon eigentlich echt geil gewesen. Aber egal. Was will? Warte, war das nur 19? Oh, nee. Oh, nö. Okay, ich kann wechseln. Ich will meinen Feuerschaden bezüglich haben. Oh, ja. Ich würde gerne meinen Feuerschaden bezüglich. So. Oh, die Kiste ist echt weit weg, ne? Wie machen wir das? Welchen Selina? Was geht? Herzlich willkommen hier im Stream. Hallihallo, löne. Was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Oh. Oh. Hier. Ah, wir hochkommen die Kiste. Perfekt. Boah, verdammt. Ich hab gedacht, ich kann die so irgendwie betreiben, wisst ihr? Oh. Kiste. Jupp. Sesam, achte dich. Hallo, du. Lass den Schiff halten. So, da vorne bist du da. Und jetzt das von dem Drachen. Achhi. Achhi, achhi, achhi. Da hatten wir ihn. Kidoki, ich weiß nicht, ob ich dein Gehe. Schuppe haben wir. Ist hier nochmal der Drache? Achhi, 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 achhi. Kommst du noch nachher? Okay, das sieht aus wie ein Brot. Das ist aus wie ein Brot, oder? Nee, ist eine Wurzel. Ich muss eh wohl ein Schrein. Aber da hinten... Ey, wartet mal. Das Rätsel lässt mich jetzt noch nicht los. Bevor ich jetzt hier komplett weggehe. Nee, wartet mal. Kann ja nicht sein. Äh, der Stein ist wieder da, Zucker. Oh mein Gott. Als ob. Oh, da sind voll viele Kisten drin. Was ist das hier? Ein Schatzkram. Schatzwasserkram. Wah! Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nummer 1! Nummer 1! ich möchte ich dann nicht aus Das fehlt, oder nicht? Der besterbe ist so oft. Opal! Ich kann immer Opal. Ist... ...hin... Oh. Oh, anscheinend habe ich Platz. Ja, nehme ich auch mit. Er lässt Opal. Cool. So, guck mal, da hinten gibt's noch was. Krass, ey. Okay. So weit weg. Okay. Dann gehen wir mal hier drüber. Und hol' den Seelokissen raus. Also, falls ihr wissen möchtet, wo ich auf der Map bin. Hier. Oh, ey. Also da. Da unten. Das ist es also, was wir holen müssen. Also, erstmal hier diese Kiste hol. Deshalb sind ja auch so viele Kisten, dass man es... ...besteht auch als Anfänger. Das ist das erste Mal, wie ich das Game spiele. Deshalb. Kiste Nummer eins. Oh, violettere Wien. Nice Sache. Kiste Nummer zwei. Oh, Holzwelle kann ich auch immer gebrauchen. Danke dafür. Kann man echt immer gebrauchen werden. Okay. Hm. Okay. Mal sehen, was kann mit diesem Stein hier... ...was dann kommen. Oh. Nice. Eh no. Oh, oh. Oh, oh. Ja, Kette. Das ist anders. Nö, ich hab hier tausend Kisten hier. Kiste Nummer eins. Versenken dich. Kiste Nummer zwei. Kiste Nummer drei. See you. Kiste. Kiste. Steine Nummer. Entdeckt. Das war ein schwieriger Weg, oder? Ich hab dich entdeckt. Cool. So, mal wieder ein. Oh. Können wir irgendwann mal wieder eine Waffentasche unternehmen? Der? Die ist noch nicht groß genug. Oh, so flex, ey. Oh mein Gott. Bananen! Bananen! Hallöchen! Leila, was geht? Herzlich willkommen seit heute. Heute ist der erste Tag. Heute ist der erste Tag, in dem ich wieder ganz normal zu Hause sitze und mir denke, der Alltag kommt wieder. Das ging alles so schön. Aber ich liebe meinen Alltag. Ich hoffe, ihr liebt euren Alltag auch. Aber es geht echt immer schneller. Generell, ich bin richtig froh, Leute, in meinem eigenen Bett wieder zu schlafen. Ich glaube gar nicht, wie viele verschiedenen Betten in den letzten Zeitklub schlafen hat. Und die meisten waren nicht so geil wie meins. Die waren voller Mücke wie eben manche. Dann habe ich einmal den Horrorhaus gepennt. Das war echt krass. Guck mal, wollen wir das mit dem Typen da aufnehmen? Das ist doch so ein Läunen, oder wie die heißen, ne? Und dann schmeißen sie sich sofort zu uns in den Stream. Ei, natürlich. Ich liebe es zu streamen. Natürlich. Ich habe auch unterwegs ab und zu zu streamen. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr streamen. Aber das hat auch teilweise nicht so funktioniert. Also ich weiß jetzt, beispielsweise jetzt, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. jetzt werden auch, aber jetzt ist es halt auch mehr kalt. Aber es werden auf jeden Fall... Oh, du schüt. Oh, du mal, du. Oh, du schützt, 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 schützt. Oh, du mal, du ruf. Ich bin immerhin bei einem wenigstens. Oh, du mal, du. Oh, du mal, du. ach du meine müde hier ist so ein komisches ding was mich hier hier ist krass mit der fußbohrnheißel astrobat scream das war gemein hallo René liebe grüße hallo René oh Gott wie süß die beiden der Chico war die ganze Zeit da in dem Raum deshalb habe ich seine Jacke ausgezogen weil es viel zu warm war für den ripp die erste boah Gott ich glaube ich will doch nicht zu diesem Leunen der war übel oder hallochen wieder warte mal ich hole mir ganz kurz Nervennarrung ah 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 ich habe die ganze Zeit auf mein Bein gewandt es ist kein Blut mehr aber ich habe kein Blut mehr aber dafür habe ich die Vegewurst ich habe meine Vegewurst wieder ey so wir schaffen das ja vielleicht auch nicht aber wir versuchen wir sind immer stets bemüht hm 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 ich habe ganz vergessen wartet mal ich habe doch dieses Dings da dieses Kamel ne was ne Verarschung jetzt sind da ah doch da sind neue ich wollte nur die Bananen die 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 Nein! Was? Was? Ich bin doch aber gerade voll gut, oder? Ich hab jetzt meine Bananen wieder verloren. ja genau ich hab ich habe dieses ich hab ich hab den einen ich hätte den dritten stand genau oh ne da war nicht drin gott was ein trip das war noch ein trip oder ich bin einfach nur die mann an oh ne oh ne oh ne oh Gott das war aus allem echt jetzt ist es mir aber dann auch irgendwann aufgefallen kann man das nicht im laufen eigentlich ja man es geht ich brauche ein besseres messer das geht nicht hallo es geht es geht es geht es geht bei euch ich hab keinen frisst das mehr ich bleibe mal kurz hier was machen wir jetzt steigt auf wie steigt auf auf ihm drauf oder wie das geht wünsche dir auch noch einen wunderschönen abend hm 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 m hm Deine elektrische Muskelkarte... Ohje, Muskelkarte ist immer blöd! Fernse, ich jag dich! Was war ganz denn!? Wow, meine Güte! Meine, 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 meine Güte! Hör dir einfach alles ab! Nee, aufsetzen ist so nicht auch einfach, würde. Oah. Komm schon. Nein, 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 nein. Och, nö. Okay, aber guck mal, ich hab's was, oder? Ich beschütze dich. Och, du meine Güte. Ja, den Schutz hab ich auch gebraucht. Und die Fäden hab ich auch noch mal gebraucht. Moffi tippen, lass dich nicht so oft treffen. Ey, danke für den Tipp. Oh. Ja, ich hab Zelda lange nicht mehr gespielt, wie ich mir eigentlich. Das liegt ganz bestimmt daran. Dodgen. Das heißt, ich muss dodgen können. Kann man hier auch noch mal... Oh, nee, kann man nicht. Okay. Ich bedau, man kann dann noch mal weiter fliegen oder so. Lernt dodgen. Was ist denn dodgen? Hä? Ach, zwei Falter, Mann. Die haben dich fast zweimal gekillt. Ja. Ich hab so ein paar. Ich hab so ein paar. War nicht cool. War wirklich nicht cool. So zur Seite brechen. Hm. Ausweichen. Das hab ich doch versucht. Hm. Nur wie? Hm. Ist das noch bei jemand anderem auch necken? Weil bei mir zeigt... Oha, was ist das denn? Ach, nö. Noch so ein krasser Gegner. Oh, erstmal wollte ich was zum Lampen, ey. Hm. Wo seid ihr denn an die Sprungtasse? Ah, wir müssen halt aber schneller irgendwie. Hm. Ach, nö. Ich wollte grad Bombenpfeile auf ihm werfen. Was ist das hier? Ich hab ne Region. Wieso ist denn das hier so schwer alles? Und weshalb schüttelt's denn jetzt? Das ist schon wie bei der Deutschland-Tour, ey. Das ist so richtig klassisch Deutschland, ne? Man denkt sich so... Ja, geil. Dann besucht mal Deutschland. Und dann auf einmal nur... ...regenblüht. Der Weltkrieg. Achtung, hier. Drei, zwei, eins. Bomben. Spezialist Nessie ist im Einsatz. Oh, doch nicht. Hä? Müsst du doch jetzt... Oh, jetzt! Warum dreht sich das denn nicht? Hä? Das kann doch sein. Da muss ein Krog drunter sein. Hm. Ich hab ne bessere Idee. Okay, Bomben-Spezialist Nessie gibt auf. Und ändert die Strategie. Das ist ein Stasi-Modul. Oh, nö. Mein geiles Messer. Hab ich dafür gerade verschwendet. Gott, beinahe wäre ich da drauf gestiegen. Echt jetzt? Hat ich gereicht? Als ob... Magnet! Nee, es geht nicht. Magnet haben ich schon ausprobiert. Magnet geht nicht. Magnet, nix gehen. Deshalb das da. Hallo? Geht mir nicht in den Kopf? Ja. Boom. Okay, und was ist jetzt hier? Ist hier irgendwo so ein Stein? War das so eine Fee? Och Gott, warum sind die wirklich Gegner? Hm. Okay, und wo ist hier der Stein? Schild ziehen, springen und knapp später zur Seite oder... Ich kann mir eh was essen. Mach das. Schild ziehen. Nee. Schild ziehen. Schild ziehen. Springen. Aha. Okay. Aha. 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 Okay. Danke. Und wo ist der Seko? Wo ist der Seko? Schild? Schild. Schild? 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 Schild. Schild? Das Ding ist gar nicht klettern, wenn es regnet. Eigentlich wollen wir ja den Leunen noch platt machen. Glaubt mir, Leute. Schaffen wir. Wenn das jetzt das Letzte ist, was wir heute tun. Die Leunen machen mir platt. Oh, guck mal, da vorne ist sowas. Vielleicht... Nee, das ist es. Nee, guck, das ist irgendwie so eine Wurzel. Ups, nee, schade. Jetzt kann man in Kakariko mit einem Typen, der abends Schläge übt, üben. Wenn man es beherrscht, dann kommt man in so einen Schlagmodus und dann kann man mehrfach zuschlagen. Boah. Okay, also so Schläge üben. Wo in Kakariko ist das? Können wir gleich mal hin. Nachdem wir den neuen Baurematon. Beziehungsweise nachdem wir jetzt auch wieder zu regnen. Das ist gerade gut. Sehr cool. Die Leunen müsste ich da jetzt endlich hinbekommen, oder? Easy peasy lemon squeezy. So. 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 Und... So. Und jetzt muss ich eh mal hier der Leunen sein. was das so weit bin ich noch nicht also erst mal möchte ich gerne wissen wie viel denn noch drauf hat aber das ist aber 18 18 ist krass die grüste aber es ist sogar 20 20 meint ihr schaffen wir nicht bewegen da bist du im schleichmodus irgendwann muss ich ja platt machen ist hier muss ganz kurz meine wurst das kamel dauert doch ein bisschen länger du bist die zeit irgendwie noch ein bisschen raus ich hab nix gemacht ich hab nix gemacht vor allem schon das kamel muss doch bald voll seine höcker sind fast voll oder wie lange dauert das wir probieren so ja ich bin zurück nice okay Leute wir probieren es jetzt ja das kamel ist immer noch nicht voll ich meine 10 minuten das dauert noch ein bisschen länger ich kann ja gar nicht mehr viel haben kommt jetzt jetzt oh mein Gott er hat wieder 100% was soll denn das warum hat er wieder 100% hä der hatte doch gerade eben da ist das ein anderer oh du meine Hude warum hat er wieder 100% wir hatten doch gerade eben kaum prozent mehr was soll denn das zu lange wartet wie jetzt okay ich warte wirklich aufs kamel jetzt echt jetzt ich fühle mich veräppelt die haben mich meiner punte berauben ab in den kampf jetzt wow der sieht mich schon von weitem ich habe das falsche messer Oh, nein. Ja! Boom, ich hab gerade das Dings da. Oh, Mann. Aua. Da ist ein Drache. Oh, nö. Oh, nö. Alter, warum ist denn hier so schlimm? Stopp! Oh, nö. 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 ja jetzt erst auf erst auf das war es okay, cool wo sind meine Gigi's im Chat Chat, Leute jetzt müsst ihr schreiben, oh mein Gott Nessie, was krass irre danke holy moly erst mal speichern, oder boah das Feuer kann man auch zum Fliegen nutzen echt? okay, wo ist der Drache? da sind meine Gigi's oh, danke schön Gigi danke und jetzt machen wir den Drachen jetzt können wir nur uns drachen bin ich hier na, ich will jetzt mal gehen oh Gott ich wollte die ganz normalen Pfeile nehmen guck mal, hier habe ich einen Dreifach jetzt habe ich doch voll aufgetrocknet jetzt habe ich doch voll aufgetrocknet oder? sogar mit dem Dreifach-Ding das ist ja weg zum Glück sind wir nicht runter guck mal, da unten ist was hol deinen Loot das machen wir jetzt jetzt haben wir doch aber voll krass viel, oder? jetzt müssen wir noch voll viel bekommen was ist da hinten? da ist irgendwie so Licht das ist ja Feuer oder so ich wollte eigentlich auch auf so einen Kopf treffen weil ich glaube da gibt es bestimmt noch etwas anderes krasses hey, aber guck mal hier ist nur eine warum haben wir hier nur eine? hey, warum habe ich nur eins? ich habe mich doch voll aufgetrocknet, oder? alles drauf häh? ich hätte jetzt mal im Ernst ich habe doch voll aufgetrocknet, oder? also einmal habe ich es nicht aufgetrocknet, aber Hallöchen! Hallöchen! wie geht's allen? lange nicht gesehen Tom an! was geht? ewig nicht gesehen schön, dass du hier bist Hallöle! was geht? schön, dass du da bist 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 ich bin ein Maximum Überhammer wie cool, wir spielen Zelda kennst du Zelda? wir spielen gerade Zelda ich bin total in das Spiel verliebt wir müssen das durchspielen bevor Zelda 2 kommt das kommt nämlich nächstes Jahr und wenn wir weiter in diesem Tempo spielen wird es eng das wird echt eng, ey krass, krass! ja man, Astrobat danke dir krass, ne? krass was ist das denn? das ist ein Krok bumm 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 äh, wo ist da noch was? warte bumm aha da wie easy da wie easy haf davon die Warte möchte ich jetzt eventuell mal holen ja, also Zelda, muss ich echt sagen also ich hab ewig was auf meiner Liste gehabt dass ich das irgendwann mal spielen möchte und ich hab immer gedacht so oh ne irgendwie weiß nicht keine Ahnung aber tatsächlich das ist ein richtig schönes Spiel ich bin total beliebt boah ach das ist ein Stall das ist ein Stall hier, kennen wir den Stall schon? ja wir kennen den Stall hä? hier ist unser Ziel angeblich Kampo irgendein seltsames zu sehen schau sich mal besser mit meinem Gerüst an mit dem Fernglas ach nö wahrscheinlich den den wie wir grad diesen Dings der wie wir platt gemacht haben da ist ein Schrein gehen wir den Schrein schon? ist das der Schrein? warte mal wir teleportieren uns hier grad mal hin wenn ich geh mir zurück zum ähm wenn ich geh mir grad zurück hm 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 ist das der Schrein? das ist er nicht hm 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 ne ne das ist er nicht cool dann waken wir dem Schrein noch nicht dann geben wir dadurch gleich hin negativ ich habe ja früher gestartet vielleicht kannst du die qualität ein bisschen unterstellen geht das warte mal wo ist der stahl da ist der stahl ist da ja das muss in der richtung sein ist was Krass. Krass. Okay. Ich glaube, diese Viecher hier... Ah, liebe Hilfe. Das beschützen die hier. Ebenfalls richtig, das beschützen die hier. Okay. Das könnten wir erstmal auch weghauen. Nö. Boah, 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 boah. Okay. Äh, die muss aber irgendwas bestimmt noch rein, oder? Kann ich mir vorstellen. Was muss noch rein? Biene! Oder irgendwas anderes. Was fliegendes von meinen Augen? Hm. Okay, keine Ahnung. Bevor ich's vergesse, wir müssen jetzt... Nein. Oh mein Gott, hier. Das hier machen wir... Auf jeden Fall. Dieses Maxi-Dings da. Das ist richtig gut, dieses Maxi. Oh mein Gott, das ist hier. Das ist richtig gut, Leute. Wir grasen hier jeden Baum ab. Aber sowas nicht. So. Erstmal Holzfleisch mitnehmen. Den wir auch verkaufen. Fehlen wir den? Ne, die sind zu groß, okay. Hätte jetzt irgendetwas mit mir auch mitnehmen können. Aber dieses Maxi-Dinger, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist das Beste, was es gibt in dem Spiel. Was man hier kommt, gefühlt. Ich muss hier den Ort speichern. Hut! Hut! Boah, das liegt da einfach hier so rum. Oh mein Gott. Ich muss mir diesen Ort hier speichern. Trochen. Da war ich bescheuert. Heiho! Hallöchen! Was geht? Drei Uhr. Hallöchen! Ich glaub's geht dir gut. Hallöchen! Ich hab heute ne Postkarte nochmal. Okay, beschickt. Gerade auf den Weg zu dir. Ich muss die ganze Ankunft. Ich bin voll spät dran, irgendwie. Meine Oma beispielsweise auch ne Postkarte von ner Boche einfach geschickt. Keiner Boche, Leute. Ich bin nur einzeln. Ach, die beschützen diese Maxi-Dinger. Oh, okay. Er ist K.O. Nein. Ich sterb's auch K.O. Passt doch. Ähm. Ich weiß nicht, wie das geht, aber... Nein. Die Dinger nerven. Die Dinger nerven einfach unglaublich. Ich weiß nicht, ob das geht, aber vielleicht pflanzt du da eigene an und markierst einen Ort. Nee, man kann hier leider nicht anpflanzen. Man kann nur suchen. Wer suchet, der findet. Sozusagen. Ich wusste, dass es irgendwie so einen Ort gibt, aber ich wusste damals noch nicht, dass diese Teile so krass gut sind. Deshalb hatte ich mir den Ort nicht markiert. Und ich hab mich gerade voll froh und wiedergefunden zu haben. So, welchen Baum hab ich noch nicht abgeholzt? Die wachsen hier übrigens schnell wieder nach. Ich dachte mir nicht. Ich bin nicht. Äh, das ist gerade ziemlich gut, was ich gerade mache. Ups. Ah! Eik! Ähm. Aber ich glaub, die wachsen schnell wieder nach. Alter! Ich hab schon wieder kein Schwert. Was ist denn? Okay. So. Ich hab hier auch noch mal. Ja, das Maxi-Ding. Hi. Können wir eh schon Baumgeholzer, ähm, für Dings haben. Ey, kaputt gemacht haben, können wir ja auch gleich Feuerholz mitnehmen. Das ist einfach für Schwende. Hm. Haben wir das schon mal gesehen, irgendwie? Wie geht oder so? Ah, warum war das so krass hier? Hab gedacht, hier kommt irgendwie so ein Grob oder sowas. Am Anfang an kann man nur in Hateno in dem Haus... Ey, ich bekam wirklich selbst einpflanzen. Kann man sich in Hateno nicht selbst irgendein Haus auch bauen? Oder kaufen oder so? Voll krass, oder? Einfach so ein Haus zu bauen. Und... Kämpfen! Ja! Ich bekam wirklich was ganz gegen. Nice Sachen! Geht's dir auch noch mal mit diesen Maxi-Dinger? Ne, sieht das aus. Schade. Oh Gott. Och nö. Och nö. Ich hab gar keinen Bock auf noch so einen Endgegner, ey. Oh, ich nehm mal weit an. So. Ist es da vorne? Ist es da vorne? Wo ist das? Was? Was hat man denn vom Stall aus gesehen? Ich guck mal, das war da. Anscheinend auch nicht. Okay, dann müssen wir den Tücken doch auch was machen. Vielleicht war es ja eine Bumpe, die wir gesehen hatten. Ich guck mal, der hat auch so... Aha. Ich will nur die Maxi-Brucht. Ich will nur die Maxi-Brucht. Ich will erstmal nur die Maxi-Brucht. Geil. Krass, guck mal. Er ist doch wohl nicht wach geworden. Gott. So gut mag man auch manchmal schlafen, oder? Ich stell' dich mal vor, ich hab so'n... so'n krassen Volltreffer. Ja, Mann. Das war wirklich ein Volltreffer. Ich war so voll konzentriert, grad so. Pssst. Nicht. 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 Geil. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Geil. Wo ist denn die Figur jetzt? Warte, ist er ja... Ist er drin? Hup! 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 Machen wir einfach so! Easy peasy! Easy peasy! Ich weiß gar nicht, also... Ich zeichne, so während ich dir zuhör' und dann einfach gestorben. I'm sorry. Guck mal, wer... Oh, guck mal, wie coole Sachen der hat! вот... Heiterbogen... Heiterbogen haben wir, glaube ich, viele. Aber guck mal, ein Villobogen... Wegwerfen! Heiterbogen maiden! Königsswert... Ja, wir haben bestimmt bestimmt... Ah ja, genau das können wir mal wieder machen, oh, den Ruf, dann können wir wegwerfen... Was ist da? Und was ist da? Schweibobogen. Schweibobogen, komme, SCH verschiedene 68 mal ganz okay, ne? guck mal das hier das geht ja cool haben wir den direkt boom das geht jetzt aber nicht schnell irgendwo diese maxi dinge maxi die waren da vorne ist auch noch so da könnte es auch ja seht ihr ah du mein slow run ach jeder in seinem eigenen Tempo Leute jetzt ist er ich bin kein Gamer beziehungsweise kein guter Gamer deshalb gibt es aber meistens hier was zu lachen und du hast ähnliches ah da hab ich jetzt schon gedacht oh dieses ganze Beat hier ist oh mein Gott hier sind noch mehr maxi duale Gott ich liebe es hier haben wir hier was blowhafteres krass krass ey mach mir das auch auslauerschrecke ja das Gute ist wenn ich hier alle Bäume abholze weiß ich auch wenigstens welche ich schon weh 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 ich brauche nicht die da bin ich jetzt packt After neues sein ist hier noch irgendwo diese maxi-duan-sachen hey danke dir fürs follow herzlich willkommen in der community wenn du ausrufezeichen info eingest du auch ganz genau was ich mache und so da kriegst du so eine information Herzlich willkommen. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Okay. Zieh, bleib, zieh, bleib. Oh, da vorne. Doch da ist noch einer. Das ist noch ein Baum, der will nicht gefeiert haben. Bum, bum, bum. Wie, jetzt hat die keinen Makro, ne? Oh, schade. Unseres Gefeiert, unseres Gefeiert. Was ist hier mit? Oh, das bringt gar nichts. Es tut mir leid. Was ist denn der Natur zerstört? I'm sorry. Let's go! Und? Oh, heiß, Wundel. Wo könnte das sein, Leute? Wo könnte das Schreiben sein? Achso, wir können gar nicht hoch. Och, schade. Ich hab gedacht, wir können schneller hoch. Ich drück's hoch. Da, hier noch so. Fressen. Ja, Mann. Oh, oh, nee. Revalis Sturm ist bereit. Das war sehr knapp, aber ich hab's geschafft. Ich hab nichts gesehen. Okay, wo könnte dieser Schreiben sein? Ich hätte ihn ja einfach mal kämen sollen, oder? Ist das da, was ich gesehen hatte? Ich glaub, ist das da, oder? Oh, ich glaub, was ist das? Okay, Revalis Sturm. Hast du da unten schon mal bis morgens gewartet? Meinst du, wegen dem Drachen? Den Drachen hab ich schon gesehen. Aber der kommt nicht nur morgens, oder? Da ist gar kein Schrei. Was hab ich denn da unten gesehen? Wo bist du? Das ist eine Quelle. Das kann ich mal anfangen. Oha! Ne. Ne, oder? Ne, ne. Das ist böse. Wo bist du, Schaf? Wo bist du? Ich ziehe, ey. Oha, was ist denn da unten? Ach, hier sind wir schon mal gewesen. Könnt ihr euch dran erinnern? Ja, genau. Ich erinnere mich. I remember. Ich glaub, ich geh einfach jetzt gleich nochmal zum Stall und dann käme mir das dann. Weil ich glaub, ich find das nicht. Guck mal, hier sind wir doch auch schon gewesen. Da drüben war die auch schon. Was ist hier nicht? Oder? Könnt ihr mir ein Tipp geben? Was ist das? Ah, ne. Nervt mich nicht. Nervt mich nicht, der Ding. Das ist seine Quelle. Ja, das hab ich mir so gedacht, weil der ist schon ganz oft da gewesen. Ne, am Schrein. Guck, ich suche gerade. Der sagt nämlich am Stall... Aber nicht überhaupt in die Richtung gerade. Am Stall... Ah, meine Brille tut weh. So, jetzt. Am Stall. Hier. Der sagt gegenüber. Das ist hier gegenüber. Eigentlich müsste das genau hier sein, aber da ist nichts. Da waren wir ja gerade. Deshalb geht's zurück. Wo geht's jetzt zurück zum Stall? Ah, da vorne ist er, genau. Wo geht's jetzt zurück zum Stall? Wir gucken jetzt vielleicht nochmal. Deswegen sind wir ja auf dem Weg dieses ganze Maxi-Dingang gesehen. Ja, hier ist auch das Ding, dass hier irgendwo ein Schrein ist. Wow! Wo zur Hölle ist der irgendwo ein Schrein? Das hat immer nur in den letzten 20 Minuten gesagt, dass ich hatte Werbung. Oh no, sorry. Aber danke, dass du die Werbung angeguckt hast. Jesus, du stützt mich auch sehr. Also in einem Wasserfall, da hatte ich ein Schrein schon gefunden. Aber hier sagt er irgendwie, wir sollen da nach oben gucken, dass da irgendwas ist. Und man sieht das von diesem Aussichtspunkt voll. So, jetzt habe ich ihn markiert. So. Ja, da hat er es, glaube ich, gesagt. Genau. Die Wasserfalle in der Flüttemberg oberhalb des großen Waffels ist irgendwas seltsames zu sehen. Genau. Ich muss es am besten mal mit dem Ferngleis machen. Ja, das ist, glaube ich, nämlich dieser Schrein, wo wir hin müssen. In der Wand. Warte kurz. In der Wand. Oh mein Gott, Ehe! Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Bananis. Bananas. Bananis. Bananas. Oh, das war falsch. Bomben-Experte Nessie am Stüssel. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Ach so, ich habe gedacht, ich will das Bomben zurück. Wuhu. Danke dir. Funden. Ding, 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 ding. Danach fliegen wir nach oben. Okay, mal gucken, was hier geht. Mal gucken, was einfach ist. Hm. Bläh. Mein Name ist Sai-Uto. Nein, der Gott in Hülya sollst du geprüft werden. Okay. Im Gleichgewicht. Ah, dann. Oh. Ah. Ah! Das war wenn man gleich schlecht. Okay. Oh. 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 easy peasy lemon squeezy und kann man das auch irgendwie abbrechen dann kann ich schon mal schneller ein bisschen die erste kiste oder wir haben sogar platz nice Dann machen wir das so. Hier? Hier kann ich mich nicht. Ah doch geht doch. Nice Sache. Komm her, Kirsti. Kirsti, 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 komm her. Cool. Die Kiste wird runtergeschmissen. Ja, so funktioniert es. Kaffee! Haben wir alles? Wir haben alles, oder? Ja, wir haben alles. Boah. Sieht gut aus. Oder hinterher auch nichts? Okay. Auf der anderen Seite ist noch eine Schafskiste. Wo? Wo? Da oben, oder wie? Sollen wir denn da hinkommen? Wo? Hinter dir. Ja, wie hinter mir. Boah! Wo? 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 Wo ist es? Wo kommen wir denn nach oben hin? Können wir auch nicht zu uns holen, oder? Erst wenn die geöffnet sind, können wir sie holen, oder? Die drei Kisten sind schwer. Ah. Warte. Oh. Bumm. Ach, nö. Nö, hat nicht funktioniert. Ich hab gedacht, er macht so. Bumm. Und dann kann man... Vielleicht auf der anderen Seite. Bumm. 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 Oh mein Gott, dankeschön für den Tipp. Oh nö, oh nö. Oh, ich wollte gerade sagen, oh nö, ich hab's vergessen. Das war falsch, das so. Und Papa! Papa, Papa, Papa! Dankeschön. Du musst Bescheid sagen. Chichi, ja! Oh ja! Chichi, chichi, chichi! Dankeschön. Vielen lieben Danke. Im Namen der Götchen Julia vielleicht zeichnen wir rum. Cool. Cool. Blinket schon süß, ey. Alle Herzen der Frau aufgekört. Sehr cool. Können wir wieder gegen so ein... Wie heißt es denn, die Dinger nochmal? Leunen kämpfen. Let's go. Ja, gibt's einen kleinen Grund? Ja, ich weiß auch nicht, weshalb. Angewohnheit. Ich weiß auch nicht, weshalb. Gäste es immer. Ich weiß, man kann es auch irgendwie... Wartet. Okay. Ja, genau, so. Ja, I know. Gegen die... Ich weiß auch nicht, weshalb ich das immer anders mache. Jedes Mal denke ich mir so... Warum hat die jetzt wieder so gemacht? Fuck. 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 Jedes Mal denke ich mir das. Irgendwann lerne ich es aber auch noch. Fuck. Fuck. Oh, Haltschild. Der Schild hat schon voll. Schade. Egal. So, dann gehen wir da nochmal hoch. Und... So war unser Glück nochmal. Oh, guck mal, da ist er wieder. Ich mache so weiter. Aua. 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 Wo ist mein Loot? Wo ist es hin? Das hat mir so weh getan. Seht ihr es irgendwo? Seht ihr irgendwo? Die Schuppen? Du kannst nur einmal... Achso, ich kann nur einmal abschießen? Achso. Ich habe jedes Mal gedacht, ich bekomme einfach so viel, wie ich schieße. Achso, man kann nur einmal... Achso. Okay, und wo ist jetzt mein Loot? Da hinten ist es! Da hinten! Jetzt wollen wir doch schnell mal. Äh, jetzt muss ich mich schnell mal umziehen. In die Wasserklamotten reinschmeißen. Noch ein Tipp? Äh, hinter dem... Wie heißt es? Hinter dem Wasserfall. Den habe ich schon. Falls du den meinst. Doppel das sofort. Ich weiß, ihr habt es schon gesehen. Tomorrowland. Voll süß von dir. Dankeschön. Viel, viel von dem Dank. Da gibt es sehr viele Rauschen mit Wasserdinger. Ja, Mann. Hier gibt es echt viel. Oh, wo ist das Binde rein? Oh, nee, kein Platz mehr. Mein Interesse. Was ist das für ein Schrott? Was trage ich für ein Schrott mit mir rum? Ihr Herr! Hier. Jawohl! Oh, was soll das denn? Was ist denn? Achso, von mir. Oh, nee. Lass mich in die Höhle nicht rein. Ich weiß nicht. Lassen wir jetzt mal an die alte Röcke. Lass mich in die Höhle nicht rein. Lass mich in die Höhle nicht rein. Wenn du das Spiel irgendwann wirklich durch hast. Nope! Ey, lass den Zulrabogen da. Wenn du kein anderes Spiel hast, empfehle ich dir Spider-Man Remastered. Spider-Man! Ist das so gut? Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, das Spider-Man Remastered war. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, das Spider-Man Remastered war. Schade. Wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch. Wir sehen uns für den nächsten Stream. Aber im Discord seht ihr auch immer, wann ich streame. Da habe ich einen Streaming-Clan. Könnt ihr genau so sehen für die nächsten zwei Wochen sogar. Beziehungsweise, wann könnte ich stehen, das war Montags, Freitags, 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 Freitags. So, wenn ich die Zula-Waffe mitnehme, dann habe ich noch mehr, oder was? Hä? Ich habe doch ein Kanon hier. Was geht? Ich habe gedacht, mehr geht nicht. Äh, irgendwie schneller schwimmen werde ich... Schneller werde ich irgendwie nie. Eigentlich zwölf ist das Gefühl. Nee. Boah, nee. Ich habe gedacht, der greift mich an. Nee. Sehr. Hüpp mich noch mal. Was? Boah, was war das denn? Was ist denn, gerade raus? Was ist denn, was ist denn aus dem Wasser? Was war das? Was? Achso, da ist wahrscheinlich der Schrein dahinter, ne? Ja, wir sehen uns! Cool. Was ist mit dir, Link? Oh, jetzt sind wir da. Ich würde eigentlich springen. Kaffee, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Du schaffst das! Bananas! Wolf! Ich würde nicht mehr nach oben lassen, weil wir können jetzt wenig... ...klettern, weil es regnet. Gewittert? Oh, ganz! Ist gewittert! Heute ist gewittert! Nicht gut! Ich will nicht nochmal vom Blitz getroffen werden! Das muss nicht sein! Meint ihr, er schockt das Figur? Oha, dieser Vogel ist wieder da! Der Vogel ist da! Der Vogel ist da! Komm schon! Link, du schaffst das! Wir glauben ganz fest an dich! Komm schon! Das ist echt ein riesiges Ding! Das ist echt ein riesiges Ding! Ja! Okay, jetzt wissen wir wenigstens, dass da oben nichts ist! Aber zur Sicherheit... ...beziehen wir hier nochmal eine Pumpe! Nein, bin aber auch! Okay, das ist nicht... Was ist das aber? Das ist kein Schrein! Was ist das? What's that? Wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel? Da ist er! Da ist er! Ist wirklich da! Vogeliii! Hier ist schon echt... Woher kommt es jetzt? Keine Ahnung! Vogeliii! Was geht? Oh, bei so einem Wetter kommst du hierher? Nein, klar! Ich bin immer hier! So treffen wir uns wieder! Du bist wirklich unermüdlich auf deinen Reisen! Und wie sieht es mir denn, wie es mir geht? Meine Feder halten die Nässe ab, also bin ich schön trocken! Und dieses Instrument verträgt Feuchtigkeit ohne Probleme! Ist das schließlich fürs Reisen gemacht! So eine Ausrüstung braucht man auch, wenn man wie ich auf der Suche nach alten Liedern herumreist! Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfung stellt und sie überwindet! Und möchtest du dieses Lied der Region hören? Oh! Ja bitte! Mit Vergnügen legen wir los! Achtung, jetzt sind die Künstlerin, äh, die Sängerin! Du bist vom Himmel auf der Welt aus alter Zeit! Und öffnet die Heldenprüfung unter Mügelwald! Das ist immer was! Diese Worte bergen ein Mysterium, das ich vor 1000 Jahren nicht lösen konnte! Ok, ich habe eine Bombe daraus platziert, es ist aber nichts passiert! Nun denn! Möge dabei von Licht erfüllt sein! Ehem Donner! Die Donnerprüfung? Och nööööö! Das nennt sich sogar auch noch so, Donnerprüfung... es meinte damit was meinte damit mit der donna prüfung auf jeden fall eine gute sache was er damit meint findet ihr nicht auch